ja hallo leute also bald wird hier auf jeden fall ein niederportal stehen bald ich habe ein bisschen hier kommt es dann abgebaut ein bisschen für die mobfalle und ja dann ja dann wollte ich euch zeigen und hier hinter habe ich so einen kleinen raum und ich wollte euch zeigen hier so Rüstung für Besucher sozusagen um also von Helm bis zu Schuhe dann kann man halt wieder raus und ja ich würde jetzt noch ein bisschen weiter bauen an der Mobfalle und jetzt vergesse, oh der hat schon wieder reingelegt ich habe hier mir so ein kleines Hühnchen gemacht also nach Hause geholt das will jetzt nicht mein Haus zu sein aber also nun mal so als Spaß halt dass ich noch so ein bisschen was zu tun habe und ich glaube dass wenn man sieht es ein bisschen viel also ja und hier ist alles okay so und ich farm ist einigermaßen gewachsen Kürbisse wahrscheinlich wieder total Katastrophe oder mal gucken und nächstes mal zeige ich euch auch wie man einen Schneemann baut ich habe ein Scherz ähm also ich muss jetzt nur also das den Text da habe ich von so einer YouTube verarscht aber ja ok wenn ich das jetzt denke dass ich den Film geguckt habe und meine Spitzhacke ist was kaputt egal so nein ich habe meinen Eimer vergessen nicht schon wieder oder ach man oder hatte ja also als erstes Tobi ist nicht mehr da also Tobi und und hoffentlich hat er nicht den Eimer noch da in seinem Inventar gehabt ach man jetzt habe ich nur noch einen Eimer ich hole das nein die Tür kommt zu so ich hole es dann auch das nächstes mal oder hier genau es war hier oder? ne hier ach schnell okay komisch okay hier kommt immer meine Lava rein ich sehe ich ob meine Spitzhacke ist so kaputt ich mache mir eine neue bye bye huiii blap so okay okay habe ich noch Sticks ja ich habe ja wie gesagt ist sie gearbeitet und ja jetzt gehe ich wieder zur Mobbahn sie ist ein bisschen komisch aus mit diesen kleinen Sachen oder so Dinge da aber dann werde ich mich bald drum kümmern das ist mir jetzt egal eigentlich so erstmal über die Brücke ich finde es immer noch so cool hier so ach ich habe was vergessen komm jetzt beeil dich so weil ich wollte nicht wenn sie sich hilft jetzt nein so guck schon so so guck schon oh max uck du 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 Kontrollen auch Korn das ist normal auch mal die Seele was tun so fast oben und jetzt auch doch kommt schon hier ich hab ein bisschen weiter gebaut so und so sieht es bisher aus dann ging mir auch die Steine nach der Zeit einfach weg und guckt deshalb hier und muss ich manchmal welche umhinsetzen ich könnte die wegmachen ach nee, ich find das besser so so also ich kann es euch hier noch besser zeigen warte so ich will nachher weil es hier wieder hoch holen oh ich bin fast fertig das ist so gut so jetzt könnte ich kann ich zeigen was ich meine also hier mach ich so eine Fläche ich weiß gar nicht mal wieviel Blöcken genau so war es das schon nur noch zwei jetzt passt es ach nee, ich hab einen Fehler gemacht ach ach jetzt muss ich eben gleich so weil ach komm schauen wieviele Werkbänke soll ich mir denn noch machen weg damit weg damit brauche ich nicht so weil ich baue ich baue das aus stone slabs also wie heißt die Nummer pflastersteinstufen so ich lerne richtig deutsch so so weil das halt auch einfach beläger ist so so gleich brauche ich dann noch off stream weiter und ich sag es jetzt schon mal bald haben wir ein neues Haustier das wird nicht dieses Hühnchen sein was ich eh bald ich sag es halt nicht für die kleineren Zuschauer nein Spaß was ich eh bald essen werde ja sondern es wird eine Überraschung was ich für ein Tier manche denken jetzt ja und fährt aber ich finde Pferde doof ok das war schon wieder für die heutige Folge bis bald mal guck mal